Hallo, Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Ich bin heute in Starnberg in dem wunderbaren Haus La Villa und da schauen wir uns allererstes mal um. Seit über 160 Jahren ist La Villa der Standort nicht nur für exklusive Hochzeiten, sondern auch für Tagungen und eben auch ein wunderbarer Ort für private Feierlichkeiten. Also hier auf der Terrasse, da sehe ich schon meine Gäste, die ich empfange mit einem Glas Champagner, mit Starnberger Seeblick und dann anschließend geht es in die Orangerie, denn dort habe ich Platz für 140 Personen und dort kann ich eben ein Dinner machen, eine schöne Party machen. Aber ich kann natürlich auch den Ausblick genießen, nicht nur rechter Hand zum See, sondern eben linker Hand auch zu schönen Parkanlagen, die tiptop gepflegt sind, ebenso auch die 18 Doppelzimmer und 12 Einzelzimmer, die ich hier direkt wunderbar erreichen kann. Somit muss keiner mehr fahren, wenn er was getrunken hat. Und wir gehen jetzt mal zum See. Ja, am See angekommen sieht man La Villa natürlich in ganzer Pracht traumhaft, diese Parkanlage und der Ausblick zum See. Ein paar Liegen stehen bereit und ich würde sagen, ich schnappe mir jetzt eine und werfe dir erstmal ein Handtuch drauf, denn jetzt heißt es Seele baumeln lassen, ein bisschen entspannen, vielleicht schon die nächste Veranstaltung in Gedanken planen und wenn es richtig schön warm ist, ist natürlich der direkte Zugang zum See optimal, um baden zu gehen oder eine Bootstour zu machen. Das zeichnet das Haus aus. Wie immer mein Fazit und heute direkt vom Starnberger See hier im Hintergrund, wunderschönes, traumhaftes Wetter und ich sage es euch, so macht Urlaub in Deutschland richtig Spaß. Sicher, dank der wunderbaren Corona-Vorschriften. Und dieses Hotel ist normalerweise wirklich bekannt für Tagungen und für Hochzeiten. Aber über die Sommerwochen hinweg gibt es eben dieses Sommerarrangement. Zwei Nächte entspannen direkt am See, tolles Essen, also wirklich Luxus pur am Starnberger See. Alle Infos dazu unten in der Infobox und ich sage es, ihr müsst es ausprobieren. Gönnt es euch einfach mal, es ist traumhaft. Also klar, das Wetter hat natürlich jetzt auch positiv mitgespielt. Ein Bootsausflug war möglich, wirklich auch in Baden, im See war möglich. Das war natürlich der Hammer, aber genau deswegen hat das La Villa ja auch im Sommer eben dieses Arrangement. Also nutzt es, schaut es einfach mal vorbei, denn bei mir gibt es einen Daumen hoch. Ich hoffe auch, von dir gibt es einen Daumen hoch. Noch viel, viel besser. Hier draufklicken und abonnieren, ihr wisst Support ist kein Mord. Und dort oben habe ich ein Video, was euch gefallen könnte und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.